Genau, ein Titan. Du hast jetzt einfach einen Helm gemacht. Ja, hier, vier Titan. Ich geb dir das jetzt mal. Weil wir brauchen noch... Echt, jetzt? Dann kannst du dir auch einen Helm machen. LOL. Hey, 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 Mensch da draußen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Titan mit dem lieben Killer Craft. Ja, hallo. Wir gehen auf den Server in 3, 2, 1 los. So, wir sind noch auf der Suche nach ein bisschen Titan und möchten dann aus der Hülle raus. Ich hätte so vorgeschlagen, dass wir bei... Wenn es irgendwie heißt, ihr habt noch 5 Minuten oder so eine Kacke, langsam in Richtung hoch gehen und dann uns oben wieder suchen, so quasi. Ich glaub, das ist dann ein bisschen einfacher. Aber, faktisch, ich würde Sauser gerne echt für mich auch noch eine Hose machen. Ich weiß nicht. Ja, wir finden bestimmt jetzt noch ein bisschen Titan, aber bestimmt. Es fehlt ja echt nicht mehr viel. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt noch irgendwie eine ganze Hose machen müssten oder sowas. Sondern es ist echt noch minimal wat, wat fehlt. Und das ist ja genau der Punkt, der mich so antreibt, hier das Ganze zu suchen und zu finden. Weil, ähm, ja, in der letzten Folge haben wir ja ein bisschen wat gefunden. Oder ich hab noch ein bisschen wat gefunden. Ich hab 14 Dias gefunden, richtig neues. Ich hab auch noch Dias gefunden. Dias sind ja nichts mehr wert. Das haben wir letzte Folge besprochen. Nee, das hat er besprochen. Ich fand Dias immer toll. Du willst nur kein Hate, weil die Leute dann kommen und Hate. Nein, nein, nein. Das ist nicht so, wirklich. Nee, aber Dias ist ja geflamed. Deswegen, weil ich gesagt hab, boah, nur Dias. Oh, wait. Ist es die Train? Die Train brauchen wir eigentlich nicht mehr. Das Eis. Und da brauch ich mich jetzt rein, das Titan. Oh, mein Marko, ja. Hast du ernsthaft Titan? Nee, sie trägt's da und sie trägt's da und sie trägt's da. Wie viel genau, äh, Titan brauchen wir jetzt noch? 20, wie viele Titan hast du? Wie viele Titan hast du? Moment, also wie viele Titan hast du? Ich habe, ähm, drei Titan Crystals. Genau, und ich habe zwei Titan Crystals. Das wären schon mal fünf und ein Titan Ingot. Und ich hab eine sehr gute Nachricht für dich. Als ob ich wollte dich gerade überraschen, dass ich Titan gefunden hab. Was? Was, du hast auch Titan gefunden? Ja. Ernsthaft? Ja. Nice, aber bei mir ist es eh sau wenig. Nur so. Es sind wieder drei, glaube ich. Ja, bei mir sind's vier. Nee, bei mir, oh, bei mir sind's, glaube ich, fünf. Weiter. Dann können wir sogar noch einen Helm machen, Alter. Yes, okay. Ja, bei mir sind's auch fünf. Wir können auf jeden Fall auch noch einen Helm machen. Ja, ja, okay, gut. Wir gehen jetzt hoch, okay? Nee, warte, du willst wirklich nicht mehr weitermachen. Ohne Witz, du willst wirklich nicht. So. Ja, okay, gut. Wir warten noch, bis du die Grenze. Gleich ein bisschen noch, ja. Aber dann müssen wir wirklich hoch. Okay. Weil ich, ich, ach man, ich hab einfach das Problem, ich würde diese Folge auch gerne noch craften. Ja, natürlich, wir können, wir können, wir können das für dich locker noch craften. Weil wie viel hast du denn jetzt? Ich hab zehn insgesamt. Äh, nein, ich hab nicht zehn, das habe ich. Ich hab acht insgesamt. Dachtest du, ich widme die Lava? Okay, ich möchte dich ja nicht verunsichern, ne? Hab schon wieder Titan gefunden. Du hast wieder, was? Einfach fast daneben, Alter, so. Was? Also wir können uns, warte, ja, ohne Witz, ich brauch's nur ab drei. So, warte mal, ich hab jetzt insgesamt hier acht, äh, warte. Acht, äh, sind zehn habe ich hier. Das heißt, sieben weg für eine Rüstung. Und du hast noch wie viel? Ich, ich hab, äh, acht noch. Du hast acht, okay. Okay, und ich hab auch, ich hab zehn. Das heißt, äh... Wir haben ja gesagt, Schuhe brauchen wir jetzt anfangs... Ja, genau, aber auf jeden Fall ein Helm. Wir holen uns dann durchs Falten. Genau, das heißt, wir bräuchten theoretisch jetzt noch einmal Titan, oder? Und dann könnten wir uns für jemanden noch ein Helm machen. Warte, 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 ich hab acht. Das heißt, ich kann mir meine Hose machen. Das ist klar. Ja. Also... Du könntest das im Prinzip ja auch schon schmelzen. Ich hab zwei Helme rechnen. Ja, nee, ich hab kein Diapicke. Ja, okay, ja, ich bringe den nachher, okay. Und Obsidian, du musst einfach, ich hab keine Diapicke. Okay, das heißt, nimm bitte genug Obsidian mit. Okay, ja, ich hab noch vier Obsidian. Das ist... Ich hab das noch, ja. Ich hör da irgendwo ne Höhle oder so, weil das sind die ganze Zeit Spinnen. Aber richtig krass irgendwie. Ja, ich hab die Riesenhöhle. Das wäre... Aber das tut jetzt grad zu viel, finde ich. Das ist... Ja, Alter, richtig X-Ray. Du lagst bei mir. Lagst du bei dir auch? Äh... Nee. Bei mir droppt alles so, wie es droppen sollte. Ja, du hast auch bei mir ein Bar nur. Was ist los? Richtig ja, ein Bar, Spieler. Ja, also irgendwas lecker oder bei mir übel ist. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich irgendwie... Tja, was geht jetzt ab? Wie ist denn die Schwarzschneider? Finde ich jetzt nicht so gut. Aber man hat zu der Koi. Killerts. Also habt ihr den Dealer gehört, Leute? Das hat man jetzt richtig bei ihm gehört, wie sehr ich einen Dealer hatte. Ah, jetzt ist mein Internet am Ruhm gespacken. Vor allem dein Internet, ne? Du bist bei deiner Freundin dein Internet. Ja, aber ich bezahl dieses Internet mit, ja. Echt jetzt? Ja, ja, weil... Wir haben es neu gemeinsam gekauft. Das ist ja auch ich hier unter anderem, weil ich ja immer wieder bei ihm... Okay, ich hab jetzt ein paar Dias noch. Ich kann ja nicht einfach mit J-Taub aufhören, deswegen. So, nur weil ich weiß, außerhalb von meinen Zuhausebienen... Okay, ich hab jetzt insgesamt 20 Dias im Inventar. Du, aber lass uns jetzt nur gehen. Okay, warte, ich... 20? Ja, ich hab jetzt... Ey, Digga, wir müssen hochgehen und Äpfel fahren, weil ich hab so viel Gold. Wir können so viele Dias Äpfel machen mit deinen 20 Dias. Ja, ich guck jetzt hier noch schnell, weil ich hab da so eine kleine Höhle gefunden, ob hier eventuell noch irgendwo Titan ist. Grabe mich noch ganz schnell hier rein und wenn hier nichts ist, dann... ...denke ich mir so, dann könnten wir eigentlich hochgehen. Boah, hey! Warum leckt das so? Ohne Spaß, das ist nicht cool. So, wie sieht's hier aus? Ganz gut. Nee, nee, das können wir jetzt... Jetzt in der Aufnahme geht das nicht. Hm? So, jetzt später. Später, ja. Jetzt, nö. Bin zugegeben, liegt der Freund. Ja, ja. So, warte, hier ist gerade so eine richtig fette Höhle. Es kann da locken... Die ist noch unausgeleuchtet, ne? Also, hier kann wirklich sein, dass es hier noch irgendwo Titan ist. Du hast das ausgeleuchtet, nur damit du das weißt, ja. Ach so, ja. Du kleiner Schlingel, du. Ich bin jetzt einfach durchgerusht, überall. Ich hab keine Fackeln, gar nichts. Und hab einfach nur Gold, teils Redstone, teils Citrine, teils Eisen und teils Dias und Titan abgebaut. Aber das find ich sehr, 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 sehr gut von dir. Ja, weil ich wollte halt einfach so quasi die Speed... What the heck? Was glaubt man, da ist der Spinne? Aber ich... Ja, ich muss die Spinne auch mitnehmen, wegen den, ähm... Wegen den Giftrenken, die können nämlich auch noch hier frei sein. Warte, das ist gleich, äh, tea time. Okay, wir haben jetzt noch acht Minuten, dann würde ich sagen... Also acht Minuten und fünfzig, ich würde sagen, genau bei acht Minuten gehen wir hoch. Dann sind, haben wir oben noch über fünf Minuten Zeit, uns das zu craften. Und dann... Das ist doch frisch. Ja, wir müssen uns halt oben auch noch finden, das ist so ein bisschen das Problem, denke ich. Ach, easy, Alter, du sagst mir Koordinaten durch, ich rush eben rüber zu dir, denke mir dann einfach nur so... Ja, aber wenn ich Koordinaten durchsage, müssen wir uns dann auch wieder verpissen. Natürlich. Ja, aber komm, wir haben ja vorproduziert, die denken jetzt ja immer noch, dass wir dort sind. Äh, äh, da war ich schon. Also falls uns hier jemand snipen möchte von euch Buddies oder so. Ne, hier war ich schon. Nochmal, sorry, ich hab's nicht viel. Früher war ein Manga, sie noch große Hügel. Ja, keine Ahnung. Wir sind wahrscheinlich eh nah beieinander, hab ich so das Gefühl. Du, aber komm, wir gehen jetzt mal Richtung hoch. Ja. Let's go, würde ich behaupten. Und einfach nicht bei sterben, ja, haben Wasser einmal dabei, vielleicht. Ne, hab ich leider nicht, aber ich werd schon nicht sterben, hoffentlich. Mhm. Und wenn du jetzt stirbst, ja. Durch? Ich möchte das hier nur sagen. Falls du jetzt sterben sollst. Egal durch was. Egal durch was. Warte, hier, hier ist Wasser, warte, dann nehm ich das eben mit dir, das ist ein Creeper. Komm her. Na, so, okay, dann... Warte, bin ich noch in dir erhöht? Ne, okay, ich bin jetzt vollkommen nicht mehr in dir erhöht, das heißt, ich brauche jetzt hier auch gar nicht mehr groß zu suchen. Hier ist eh nix mehr. Okay, komm, ja, wir lassen, wir gehen jetzt einfach hoch. Scheiß auf, wir haben echt gute Sachen, klar. Ich bin hier jetzt, äh, Upward, oh, what's right. Was war das denn? Wenn denn, nicht lachen, hier. Ich hab gefailed. Okay. Mit meinen Jump'n'Run-Skills. Ich hab übrigens auch nichts mehr zu essen, ne, ich gerade. Okay, ja, das find ich jetzt aber echt nicht fresh. Das ist echt nicht so fresh. Das ist nicht so eco-fresh. Ja, ich bin schon oben, ne? Was, du bist oben? Ja, okay, dann baue ich mich jetzt auch hoch, ohne Witz. Weil, wenn du dich... Hier oben ist ein Cobblestone gerade neben mir und, äh, hier ist Sumpf. Wir sind im Sumpf, mein Freund. Oder ich zumindest. Okay, ja, kein Problem. Ich komm jetzt auch. So. Du bist grad voll fresh hier. Findest du fresh? Voll. Bist du schon bereit, hier deine, äh, Titanhose zu craften? Ja, ja, eigentlich schon. Okay, wenn du seelisch dazu bereit bist, dann komm ich jetzt. Warum hab ich noch einen Iron Sword dabei? So, ich weiß nicht. Ich glaub, wir sind wirklich ganz nah beieinander. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir weit voneinander entfernt sind. Ja, unmöglich. Also, wir sind, ich, das ist, nee, weil, ich mein, ich bin ja schon, äh, ziemlich schnell durchgerusht. Aber, ich bin ja jetzt nicht kilometerweit weggelaufen oder sowas. Und du, äh, hier sind grad ganz viele Bäume. Das heißt, ich fang einfach schon mal an. Eichen Bäume? Ja, ja. Nice. Oh, okay, ich baue schon Erde ab. Okay, zack, Tageslicht. Oh, da ist Wasser. Okay. Ja, ja, dann, ich, ich bin auch im Wasser hochgekommen. Oh, und da, da ist ein Zupfgebiet. Zack, ja, eben. Okay. Oder ich hab noch ein bisschen was zu essen. Di, 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 di. Äh, ich bin da. Warte, ich geb dir meine Koordinaten durch, ne? Ja. Minus 450 und minus 230. Warte, minus 450 ist da lang, glaub ich. Du, 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 du. Das ist sehr gut hier. Wollen wir nur noch Äpfel? Ach, wir nehmen diese, diese nervengroßen Bäume. Ich, ja, wir sind jetzt zu zweit auf dem Server, deswegen haben wir jetzt auch irgendwie keine Angst oder so. Warte, verstehst du? Ja, ich seh dich, ich seh dich. Siehst du, wie ich im Wasser angesprungen komme? Ist es nicht wieder Klengarn? Hallo, Klengarn. Oh, hier, Leute, bist ja von hinten. Alles klar. Moin, moin. Das ist alles coole Rüstung, also die gefällt mir. Ja, wirklich ganz fresh hier, ne? Hm, ein bisschen geil. So, mein Leber, scholli, du. Warum hab ich immer noch dieses farbige Glas dabei? Ich hab so viel Chunk im Inventar, das ist echt schlimm. So, dann komm mal bitte hierhin und stell den Diamantofen auf. Warum? Den brauchst du doch gar nicht. Brauch ich nicht? Nee, komm mal her, wo bist du? Ich bin hier bei der Webpage. Ach so, ja, wenn du so weit gehst, dann bist du selber schuld. Take this shit. Oh, mein Gott, dankeschön. Danke schön. Bitchin. Okay. Oh, oh, das wird jetzt so ein schöner Moment, äh. Freunde, das ist der Moment, worauf wir alle gewartet haben. Ich nicht. Ich mach ne Chess, bitte. Ich hab nicht drauf gewartet. Du hast nichts drauf gewartet. Nee, da bin ich jetzt echt ehrlich, ne? Schau's dir an, bitch. Schau's dir an. Das ging nicht an dich. Don't get it wrong. Also, ich hab, ich muss, oh, aber du musst die Warte. Okay, ich stell dir hier ein Verzauberungsdisch auf, hier. Ja, nice. Komm, wieder mein Verzauberungsglück. Äh, warte, kannst du dir dein scharfes Vierschwert jetzt eigentlich machen? Ich hab's schon längst. Warte. Okay. Sag, okay. Hier, ich hab jetzt auch einen Titan Helm. Das heißt, wir brauch' ich denn jetzt noch genau einen Titan. Du hast jetzt einfach einen Helm gemacht? Ja, hier, vier Titan. Ich geb dir das jetzt mal, hier. Loil, ich hab noch einen Titan Crystal. Echt, jetzt kannst du dir auch einen Helm machen? Loil. Nicht, oder? Nicht wahr, oder? Doch, doch. Easy, Alter. BÄM, Alter, EAAA. He's live, Alter. Wir haben alles außer so ne fucking, äh, Schuhe-Scheiße. Oh, Protection 2, nice. Ich kann mir kein Protection 2 drauf machen, was soll'n das? Näh, ich schon. Ja, aber ich hab dafür nur Prod 1 auf der, äh, Hose. Egal, jetzt Bogen. Hast du einen Bogen schon? Egal, ich hab jetzt einfach Schutz 1 oben, das passt schon. Äh, ja, ich hab einen Bogen auf Stärke. Okay, ähm, sonst mach mal den Amboss, äh, ist der noch da? Äh, ja, ich kann ihn gerne aufstellen, wenn du es unbedingt von mir verlangst, ja. Er zwingt mich zu sagen, Leute, ich möchte das nicht. Ich muss hier Sachen machen, die ich eigentlich gar nicht möchte, ja. Finde ich jetzt echt nicht so toll. Du hast du Flint? Äh, leider, ich, warte, ich guck jetzt mal hier rein. Ich glaube nämlich echt nicht. Nein, hier ist nix drin. Und hier ist auch nix drin. Dann kann ich keine Pfeile mehr machen. Aber hast du denn Kies? Weil dann könntest du Flint farmen. Weil ich hab das jetzt immer ignoriert, ich, voll Spaß. Okay, das ist jetzt nicht so geil. Weil ich hab ein paar Fehler und so, aber der ganze Raster fällt mir halt. Und wir müssen jetzt Äpfel noch farmen. Du hast nicht Äpfel oder sowas im Inventar? Wahrscheinlich nicht, oder doch? Äh, naja, 3-Dier-Äpfel. Du hast 3-Dier-Äpfel? Ja, ich hab schon 3-Dier-Äpfel. Als ob du dir einfach schon Dier-Äpfel machst. Ja, wir haben doch gesagt, wir brauchen welche. Ja, klar, aber ich wusste nicht, dass du schon alles hast dafür. What the fuck, du kleiner Schlawiner, Alter. Ja, ich bin, schau, ich bin leise und produktiv. So gehört sich das. Leise und produktiv, Alter. Also wir sind langsam echt real O-Penis. O-Penis? Ha! Du kleiner Lümmel, du. Nicht so ins Sitzschauen, Schatz. Also ich verstehe das, wenn deine Freundin jetzt ein bisschen komisch guckt. Weil wenn du immer solche zweideutigen Andeutungen machst, dann... ...solle man sich schon langsam denken, what's going on? Ich bin ein zweideutiger Mensch. Das ist einfach so. So, ähm, ich hab noch 6 Bias. Wie viel Bias hast du noch? Äh, 7. Und das heißt, man könnte jetzt noch... Warte, 2... Ja, ja, 3 Goldäpfel würden sich noch ausgehen. Äh, hast du noch Leder? Ja. Gib mir mal ein bisschen Leder, weil ich hab irgendwie viel Zuckerrohr. 8 Leder. Gib mir mal. Gib mir. Ich würde dich jetzt so gern boxen, aber ich kann dich ja nicht mal boxen, Alter. Hast du noch einen Apfel, ne? Hast du keinen Apfel, ne? Was? Ich hab... Ne, ich hab noch keinen Apfel. Okay. Box mich nicht. Ja, naja, warte. Slash Tea Time. Ich glaub, nämlich, wir werden bald gekickt. Jetzt hab ich schon wieder die englische Tastatur hier. So, Moment. Slash Tea Time. Okay, 1 Minute 10 Sekunden haben wir noch. 1 Minute 10 Sekunden. Okay. Ich bräuchte halt in der Zeit echt noch ein paar Action. Nice. Jetzt kann ich mal direkt auf die Hose kraschen. Zack, zack. Protection, 2 Hose. Hm? Was wäre denn das Glück? Wird das Sharpness? Fuck it! Jetzt hab ich keine Levels mehr. Holy. Ich muss zwar schmilzen. Schmilzen? Schmilzen, ja. Schmilzen, das find ich jetzt aber echt nicht so geil. Also ich hab einfach saubenig Essen, nur damit du das auch weißt. Und vor allem, guck mal, wir sind jetzt eigentlich so gut wie Full Titan. Wir brauchen halt nur noch Schuhe. Ich mein, wir haben alle Bonusherzen. Gib dir das mal. Ein halbes fehlt. Ein halbes fehlt. Ah ja, stimmt. Das hab ich gar nicht gesehen. Fuck it. Ja, ähm. Ich dachte, das rackt noch oder so. Wir werden noch das Sharpness-Buch machen. Oh, schnü. Okay. Okay, okay, okay. So, zack. Zack. So, wir müssen abbauen. Wir müssen abbauen. Ja. Oh, oh. So, zack. Abbauen, abbauen, abbauen. Schnü. Ich hab keinen Platz mehr im Inventar. Okay, so. Das war knapp. Okay, ich hab vier Titan Äpfel. Ah, ich mein vier Diamond Äpfel. Okay. Gut. Ähm, Eisenöfen sind noch dort. Wackmensch ist noch dort. Sehr erfolgreiche Folge. Wir haben vier Titan Äpfel. Laut Bumsdruck. Vier Stück. Vier Stück sogar. Titan Äpfel. Alter, das sind dir Gold Äpfel, jetzt sind es Titan Äpfel. Entscheide dich mal, ja? Ich finde, die Gold Äpfel ist ganz geil. Auf jeden Fall, Fact ist, Freunde, wir sind gut equipped und jetzt werden wir mal gucken, was sich die nächste Folge so ergibt. Ähm, die Koordinaten haben wir jetzt öffentlich gemacht. Shit. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Ja, nee, morgen einfach, ja, morgen geht's einfach weiter. Ja, ja. Also, auf jeden Fall würden wir sagen, wir sind uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bis dann. Und tschüss. Tschüss.